Wenn man den Rummelschnuff befragt, was er von Muskelnahrung sagt, weist er auf Harzer Käse hin, frei von Fett, doch voll Protein, viel Protein. Reift wochenlang an Harzer Luft, bis voll entfaltet sich der Duft. Nun entsteht so ganz im Stillen das Würzigwerk der Milchbazillen. Man ist Fuß, lässt Frauen schmelzen, Harzer Käse macht Kerst zu Felsen. Wirst du genug davon verzehren, bekommst du Kräfte eines Pären. Bei Pumpern sehr begehrt, ist Harzer Käse Goldes wert. Nimm reichlich und lass dich nicht schocken, dann wirst du breiter als der Brocken. Der Rummelschnuff duftet harzer Art, manch zartem Näschen scheint das hart. Doch wer ihm Eisern Treue leistert, auch diese Probe standhaft meistert. Standhaft meistert. Mann ist Fuß, lässt Frauen schmelzen, Harzer Käse macht Kerst zu Felsen. Wirst du genug davon verzehren, bekommst du Kräfte eines Pären. Bei Pumpern sehr begehrt, ist Harzer Käse Goldes wert. Nimm reichlich und lass dich nicht schocken, dann wirst du breiter als der Brocken. Wirst du genug davon verzehren, bekommst du Kräfte eines Pärens.